Uh, das wird das ganz große Finale. Ja. So eine Riesentorte. Und Kinderkaffee. Na, schmeckt? Köstlich. Mir schmeckt er auch. Der ist gut. Und die Torte. Wenn schmeckt die toll. Köstlich, köstlich. Ob wir das alles schaffen? Was, wenn am Ende was übrig bleibt von der Torte? Oder vom Koffer? Köstlich, köstlich. Köstlich. Die Erdbeeren habe ich selbst gesammelt. Köstlich, köstlich. Der Kinderkaffee, der gibt ja gar nicht Sachen richtig jüdisch. Besser. Köstlich. Jedenfalls darf man das machen. Mit Papinen und Luftschlack. Hier ist doch ein Löffelbahne. Ich glaube, wir schaffen die ganze Sorge. Mit Ach und Krach, was? Getschnecht. Getschnecht. Geht's Wasser, geht's Wasser. Und ein Sylvester-Doppel. Getschnecht. Lass das nicht mit einem Sport erklärt werden. Erst wird vor uns Kinderkampf. Ein Nick von Weihertammel ist es an mir gegeben. Frisch und Hausbar.